Hallo Leute, wir freuen uns euch, eine gute Alternative zu den guten alten Diamond Bombenrohren vorzustellen, die Festival Bombenrohre von Panda. Mit einem Kaliber von 30 mm und einer netten Exklusivmasse von 25 g wird da schon was geboten. Aber wir möchten da nicht vorgreifen und wünschen euch viel Spaß bei der Zündung. Welche Bombenrohre sind aktuell eure Favoriten? Hinterlasst das mal bei den Kommentaren und vergisst nicht zu liken und abonnieren für mehr. Bis zum nächsten Mal.